Ach ja, das Thema heißt kein Tag ohne Video mit Herr Newstime. Hallöchen und herzlich willkommen. Ja, heute sieht man mich ausnahmsweise nicht, sondern man hört mich nur in Anlehnung an gestern und heute. Gestern war ich ja bei der Isolierstation zu Gast und heute war ich bei den Freunden von TubeNow für die Podcastaufnahme ebenfalls eingeladen. Und die zeitlichen Ereignisse haben sich tatsächlich ein bisschen überschlagen. Dann ist hier noch der Teamspeak-Server noch halb abgestürzt und ach Gott, viel zu tun, viel zu tun. Ich habe ein kurzes Thema, was ich hier noch reinbringen wollte. Und zwar geht es um die Video Days. Die Video Days werden ja auch dieses Jahr wieder stattfinden, dieses Mal in Köln und in Berlin. Früher oder vorher war es ja nur in Köln, jetzt geht es auch nach Berlin. Und da gab es Stress. Stress mit ein paar YouTubern, gerade auch mit manchen aus dem TubeOne-Netzwerk, wo zum Beispiel die Jungs von Apecrime sowie auch Simon Desue, aber auch ein LeFloid und noch andere. Obwohl LeFloid gehört ja gar nicht zu TubeOne, aber gut. Und dennoch, es haben viele YouTuber öffentlichkeitswirksam auf Twitter mitgeteilt gestern, dass sie nicht bei den Video Days dabei sein wollen, weil ja eigene Projekte dort starten. Und das hatte dann ein bisschen Unmut gesorgt bei den üblichen Zuschauern in der Branche. Und das Ganze wurde jetzt, soweit es geht, auch noch gar nicht verarbeitet, was da jetzt nun gelaufen ist. In jedem Fall, die Video Days werden nach wie vor von Christoph Krachten geleitet. Man könnte annehmen, dass es auch aufgrund der Ereignisse, die jetzt auch in Mediakraft herum passiert sind, wo ja auch damals Christoph Krachten als Person irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass das alles sich jetzt abfärbt auf die Video Days. Wer alles kommen wird, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Die Lochis haben in jedem Fall schon mitgeteilt, dass sie dabei sein werden. Aber es werden, wie gesagt, auch ganz viele nicht dabei sein. Das ist halt so dieser Interview. Viele, die vorher bei den Video Days waren, werden nicht dabei sein. Aus welchen Gründen auch immer. Wegen dieser Hashtag Gang oder wie das heißt. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Naja gut, wenn ihr darüber mehr wissen solltet als ich, weil ich habe das jetzt nur sehr oberflächlich mitbekommen. Das ging mir auf Twitter ab. Dann haut das ruhig mal in die Kommentare. In jedem Fall nochmal auf diesem Wege nochmal herzliches Dank zum einen an die Kollegen von der Isolierstation und zum anderen an die Kollegen von TubeNow, dass ich jetzt auch bei den beiden zu Gast sein durfte. Insoweit. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Newstime.